Sehr geehrter Heinrich, was glauben Sie, wie lange es realistisch betrachtet dauern würde, bis die Bundeswehr wieder auf einem Rüstungsstand wie auf der Höhe des Kalten Krieges zu bringen? Realistisch gesagt, was heißt das? Wir haben einen Scheck ohne Limit, eine Kreditkarte ohne Limit, selbst dann wahrscheinlich mindestens fünf Jahre. Eher länger. Denn Kalter Krieg hatte man, glaube ich, 2.500 Leopard 2 und nochmal 2.000 oder 2.000 Leopard 2 und nochmal 2.500 Leopard 1. Zur Hochzeit waren 4.500 Kampfpanzer und dann reden wir noch gar nicht von irgendwie den 800 Starfightern oder sowas. Also eine Billion wahrscheinlich und dann hilft es ja auch nichts. Ich betone ja immer, dass man mit Geld viel bewegen kann und davon bin ich fest überzeugt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir weit von einem Maximum der potenziellen Produktionskapazität uns gerade befinden. Aber wenn ich Rheinmetall und KMW jetzt 500 Milliarden Scheck jeweils auf den Tisch lege, dann fahren da trotzdem nicht morgen zehn Panzer pro Tag vom Band. Dann fahren die vielleicht in einem Jahr vom Band. Oder zehn pro Tag laufen auch in einem Jahr noch nicht vom Band. Wahrscheinlich. Also alleine um das Anfahren der Produktion. Denn wie gesagt, wo sollen denn 4.000 Panzer herkommen? Die Bundeswehr hat aktuell 300. Und 4.000 zu bauen bei aktuellen Produktionszahlen würde man wahrscheinlich 15 Jahre brauchen. Also fünf Jahre ist das absolute Minimum. Eher mehr. Und bei fünf Jahren würden wir wahrscheinlich schon astronomische Kosten auftreten. Denn natürlich, wenn ich die Firmen dazu bringe, die Produktion rapide hochzufahren, dann steigen auch deren Kosten rapide. Und das muss irgendjemand bezahlen. Also realistischerweise wahrscheinlich zehn Jahre. Zehn Jahre wird es langsam realistisch, wenn der Anfang jetzt gemacht wird. Fünf wäre vielleicht möglich, aber auch nur vielleicht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung. Vielen Dank.